Genau. Wir sind jetzt schon im Schritt. Genau. Du bist gut. Du schaust jetzt schon mit dem Rating-Chain, immer wieder so etwas zurückgehen, den G-P auf der Sicht des Berg. Da haben wir eigentlich mal etwas geübt. Genau. Das bereich ist nur noch dabei. Und jetzt Trafstarten ausgesetzt. Das wird zurück. Das wird eine ganze Zeit. Und dann, das wird ein Stück. Das wird ein Stück. Oder das wird ein Stück. Oder das wird ein Stück. Genau. Dann geht es ja auch. Das ist gut. Kommt jetzt. Sehr schön. Richtig. Genau. Richtig. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Und jeder muss sich abholen. Genau. Das muss mir die anderen rein. Okay? Das geht das ganze, das ganze Licht nach. Und jeder muss sich abholen. Und jeder muss sich vorlesen. Das ist voll. Und jeder muss sich abholen. Und jeder muss sich abholen. Und jeder muss sich abholen. Eine ganz einfach. Vielen Dank. 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 Good. 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 Vielen Dank.